so weiter gibt es heute mit rockfest und da ist noch was anderes so letzte dinge in der woche mit letzteren naja let's go also ist wieder ab ja es ist wieder zerstörern gesagt wohnmobile schulbus habe ich da drin ist ein abschleppwagen da sind mehr drescher mit dann auch noch ein weiterer lkw also es ist gerade alles möglich hier drinnen ausgelöst hat bis extrem so Wir gucken, 21 Gegner haben wir noch. Einige haben sich schon gegenseitig rausgenommen. Wir sind doch gut dabei. Oh, das ist aber akkabisch. Ich weiß, das war der Ecke oder nicht, das Wohnmobil. Ich glaube, da habe ich ja nicht mehr... Schade, ich glaube, es geht da. Jetzt habe ich auch mal was erledigt. Jetzt habe ich noch was mitgenommen. Das war der rote Schulbus, den es mitgenommen hat. Kritischer Schade. Ah, einen will ich noch mitnehmen. Ich werde nur ein bisschen für den Bus. Das Wohnmobil hat sich aufschiedet. Das ist also quasi mal... aus dem Draht. Ah, ich muss nicht aufpassen. Ah, ich habe dich noch, habe ich mal freut. Out, aus. Für uns ist es vorbei. Neunter Finale sind wir nur noch. Obwohl das auch drei Leute rausgenommen haben. Schade, ich dachte, wir kriegen mehr. Das läuft momentan, was es mit Platz 1 betrifft, nicht wirklich. Momentan läuft es mit Richtung Platz 1 nicht so wirklich, wie wir das gerne hätten. So, gucken wir mal, was wir tunen können. Können wir das tun? Doch, klar. Ne, komm nicht, hä? Abgeholt, abgeholt. Ah, das ist ja. Abgeholt ist ja nicht bei diesem Fahrzeug nicht möglich. Ja, super. Herzlich für Glückwunsch. Ich dachte, geil, wie kriegst du es hin? Ne, anscheinend nicht. Okay. Dann ist es so. Dann ist es so. Das haben wir auch abgeschlossen. Viel brauchen wir nicht mehr. Wir sind jetzt wieder in der nächsten Folge, wie ihr erkennt das mittlerweile. Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen kürzere Folgen treten, damit ich ein bisschen den Content kriegen kann, wenn ich jetzt demnächst im Urlaub bin. Ich bin nämlich ab dem 15. Venk bis zum 27. rum und da will ich auch zumindest ein paar Folgen raushauen können. Wir sehen uns wieder.